Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir als der Kenya Bau-Team haben für den DU-Craft ein Redstone-Kaufhaus verschönert. Während wir gebaut haben, haben wir auch alles aufgenommen. Die einzelnen Parts findet ihr in einer Playlist in der Videobeschreibung. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das war's von dem Speed-Bild. Und jetzt noch schnell, wie das fertig aussieht. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. So, das war's von dem Video. Falls ihr in einzelnen Folgen sehen wollt, wie das alles aufgebaut wurde, von DU-Graft und von der Kenya, da findet ihr eine Playlist in der Videobeschreibung. Dann danke ich euch allen fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.